hallo meine lieben und herzlich willkommen bei holstone tv sagt euch der opa mario der alte sack so hallo ihr lieben da sind wir beim nächsten versuch den toni als rivalen bei den playoffs zu knacken ist uns ja beim letzten mal nicht gelungen und dann versuchen jetzt drücke uns die daumen da sind sie playoffs ich werde rausgehen so gut golf spielen möglich aber das machen wir ja natürlich mal gucken ob uns dieser platz gut liegt in association with the pga tour is proud to bring you the final stop at the fedex cup playoffs we're at the tour championship today's coverage is about to begin pleased you could join us for this first round action i'm luke elvi alongside rich beam in the booth and it's a east lake golf club hey guys i can't wait to watch these two go at it again it was an incredible battle first time round and i think there'll be a few shots fired out here rich how do you see this one playing out but obviously erstmal wahrscheinlich erstmal wieder den controller aktivieren wie immer controller aktivieren so okay vier gegenwind berechenbar vernachlässigbar gering würde ich sagen aber starkes gefälle nach rechts nach links runter ja wie weit kommen wir mal sehen wird nicht leicht es wird nicht leicht aber hoffe dass wir nicht ganz so stark ist 98 wenn das 98 dann ist wir testen wir testen auf der bunker müssen oder nicht mach ich ach alles klar doch fehler gemacht ach ach alles klar doch fehler gemacht ach raus aus dem bunker ich glaube ich ist ja gut wegrollen so weit das auge reicht minus 5 Ach, das ist jetzt so bei den Playoffs wahrscheinlich. Irgendwo haben sie, so steht ja irgendwas. Die haben sich irgendwo Werte hergeholt. Okay, dann passt mal schön auf. Dann passt mal ein bisschen auf, dass wir nicht vor sieben. Mehr haben wir nicht. Mehr haben wir nicht als die. Oh, hier brauchst du bloß einen Arm hoch machen. Da fang ich schon an zu. Boah, da müssen wir was machen. Da müssen wir unbedingt. Ja, so. So soll das sein. So soll das sein. So soll das sein. Hm. Schön aufpassen, Rottstedt, schön aufpassen. Schön aufpassen. Ja. so und jetzt kommt mein problem wieder ich weiß nicht wie weit die anzeige erreicht die wirklich bis dahin oder hauptsache nicht im bunker vielleicht so noch was geregelt mal sehen aber im bunker wollte ich nicht hauptsache hier hoch 1 2 ich kann ich muss mal mehr zeit lassen beim gucken beim abstand gucken das ist jetzt wichtig vielleicht kriegen irgendwas wo unsere zweiten schläge auch mit verbessern können dass man da weiter näher ans loch rankommen ja klar davon träum ich ja nachts von solchen schlägen träum ich ja nachts ich schwöre ich schwöre ich komme nicht mal pass auf ich komme es wieder nicht mehr da hoch dann hopst mal dahin haupte ein bunker guck mal wie weit wir nur kommen ja wir müssen weiter ran als loch kommt aber ich glaube alles was nach dem driver ist muss noch für bessert werden gott ja ja gut ja 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 das wir haben dass er denn die komischen Plastiknubbel wo der Ball drauf liegt glaube ich nur hier vorne am Anfang und deshalb können wir nur hier den Treiber nehmen der ist es also der Treiber das ist ja klar Sandwetsch das irritiert mich aber Sandwetsch der hat ja nur 98 Meter ach auch noch und verziehen auch noch verziehen tut das Ding auch noch ja das mache ich jetzt auch wenn ich bin dann bitte besser weil so kriegen wir auch hin ja das stimmt natürlich aber wenn wir schon mal so dicht ah verrissen ach warte Schott ha 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 noch noch So, jetzt setze ich mich mal anders hin. Mal sehen. So, jetzt sind wir hier in Atlanta mit dir. So weit kommen wir ja wieder nicht. Aber... Was war das für ein Scheiß? Was war das? 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 Was war das?